Tricks für den perfekten Grillabend Die Temperaturen werden wärmer und so rücken auch lauschige Grillabende näher. Wir geben Tipps, wie Sie zum wahren Grillmeister werden. Was tun, wenn es keinen Grillanzünder mehr gibt? Das kann jedem erprobten Grillmeister passieren. Doch wir haben eine passende Alternative. Dafür benötigen Sie eine Schüssel voll mit fettigen Chips. Diese sind meist in Fett getunkt und bieten die perfekte Grundlage, um als Anzünder verwendet zu werden. Statt Pinsel Kräuter nutzen Anstatt Kräuter klein zu hacken, können Sie die Kräuter als Pinsel verwenden. Binden Sie zum Beispiel Thymian-Zweige zusammen und beginnen Sie das Fleisch damit einzustreichen. Keine Plastikflaschen mehr am Tisch Grillsoßen, die in Plastikflaschen auf dem gedeckten Tisch stehen, sehen nicht besonders schön für das Auge aus. Verwenden Sie stattdessen eine Maff in Form. Füllen Sie die Soßen in die einzelnen Behälter und stellen Sie diese auf den Tisch. Schaschlikspieße doppelt verwenden Für besseren Halt sorgen zwei Schaschlikspieße. So dreht sich beim Wenden des Fleisches nur der Spieß und nicht das Fleisch. Mit diesen Tricks sollte dem nächsten Grillabend nichts mehr im Wege stehen.